Martin Hirzel ist die CEO von Autoneum. Das ist ein Unternehmen, das als sehr anpassungsfähig gilt, ein Autozulieferer, das überall auf der Welt präsent ist. Aber dennoch, wenn Sie als CEO Ihrer täglichen Aufgabe, müssen Sie diese Anpassungsfähigkeit auch immer wieder anstupfen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Die Automobilzulieferindustrie ist tatsächlich bekannt als eine der wettbewerbsintensivsten Geschäfte, als eine der härtesten Businesses, oft genannt. Wir haben einen permanenten Kostendruck, wir haben sehr hohe Qualitätsanforderungen, gleichzeitig müssen wir permanent innovativ bleiben. Das ist eine Herausforderung auch für Autoneum. Jetzt ist uns das gelungen in den letzten Jahren. Ich denke, die Unternehmenskultur, die wir leben, ist ausgerichtet auf ständige Verbesserung. Jedes Jahr müssen wir rund 5% Kosten einsparen oder Preisen erhöhen, um konkurrenzfähig zu bleiben, um eine Marge zu erwirtschaften. Und es wäre nicht gut, wenn der CEO da selber täglich Impulse geben müsste. Das ist Teil der DNA bei Autoneum. Es gibt eine Reihe von Megatrends beim Autofahren. Ich sage Ihnen jetzt vier Begriffe. E-Mobilität, Konnektivität, autonomes Fahren und Shared Mobility. In welcher Reihefolge werden Sie unseren Alltag erreichen? Also die aktuell meist diskutierte, die sicher der heisseste Trend, so zu sagen, aktuell ist die Elektromobilität. Auf der einen Seite mit rein elektrobetriebenen Fahrzeugen, mit einer Batterie. Aber auch verschiedenste Formen von Hybriden, wo es also einen elektrifizierten Antrieb hat mit einem Verbrenner. Das ist heute beides noch eine Nische, um die 4% Weltmarktanteile. Wir sehen aber, dass das bis 2020 sich verdoppeln könnte und dann wahrscheinlich gerade nochmal verdoppeln in den bis 2025. Also das würde ich sicher den aktuellsten Trend bezeichnen. Parallel dazu sehen wir sehr innovative Konzepte für Shared Mobility. Also ein Auto on demand, nicht mehr selber kaufen, sondern mit einer App reservieren, abstellen, wenn man es nicht mehr braucht. Das sind aktuelle Trends, die laufen. Dann bestand uns richtig, dass das selbstfahrende Auto, viel diskutiert wird, doch noch ein bisschen auf sich warten lassen wird. Technologie hat riesige Fortschritte und Sprünge gemacht im Bereich selbstfahrende Autos, ganz bestimmt. Bis wir die aber wirklich massentauglich haben, wird es mindestens nochmal 10, 15 Jahre dauern. Also das ist der inneren Trend längerfristig. Und wenn wir dann das noch kombinieren mit Shared Mobility, dann haben wir Robo-Taxis, Robo-Cars, die in der Strassen herumfahren. Das ist doch nachher visionär. Martin, jetzt vielen Dank für den Einblick.